Schön, dass du wieder hier bist bei diesem wunderschönen sonnigen Wetter. In diesem Video lernst du, wie du sein musst, um die richtige Partnerin oder aber den richtigen Partner in dein Leben zu ziehen. Und natürlich gibt es verschiedene Betrachtungsweisen auf dieses Thema. Ich möchte direkt einsteigen. Und zwar auf der einen Seite gibt es dir, die sagen, was soll das heißen, wie ich zu sein habe? Man muss einfach man selbst sein, authentisch sein. Man sollte sich nicht verstellen. Man sollte so sein, wie man wirklich ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich einen riesigen Datingmarkt, eine riesige Industrie, die Techniken haben und auch anpreisen, die sich bewährt haben, die vielleicht besser funktionieren als andere Sachen. Warum sollte man sie dann nicht benutzen? Und das sind so diese beiden Betrachtungsweisen. Und ich sehe definitiv eine Daseinsberechtigung für beide Seiten. Und ich blicke darauf als jemand, der noch vor acht Jahren aktiv war als Trainer im Bereich Dating, viel zusammengearbeitet habe da mit Männern, mit Frauen aus verschiedenen Bereichen und im Jahr 2015, 2016 mich rein der Spiritualität gewidmet habe. Und deshalb sowohl von innen als auch von außen auf diese beiden Denkweisen blicken möchte und die einmal mit dir durchgehen. Zuallererst dieses Thema, sei einfach du selbst. Dieser Satz beinhaltet sehr viel Wahrheit. Es stimmt, du solltest so sein, wie du wirklich bist. Du solltest dich nicht verstellen. Aber, und das ist ein großes Aber, es gibt ein Problem mit diesem Satz. Denn ganz viele Menschen, die heute Herausforderungen haben, dabei Menschen kennenzulernen, haben das aus einem Grund. Ganz viele haben Selbstwertprobleme. Wenn du Selbstwertprobleme hast, dann glaubst du, so wie du bist, nicht gut genug zu sein. Und solange du glaubst, so wie du bist, nicht gut genug zu sein, wirst du einen Teufel tun, um dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Denn wieso sollte jemand, der glaubt, so wie er wirklich ist, nicht gut genug zu sein, sich so wie er wirklich ist, nach außen hin zeigen, wenn er eine Person kennenlernen möchte, die er mag? Das macht keinen Sinn. Und das ist das Problem. Denn die Einstellung ist logisch. Wenn du glaubst, keinen Wert zu haben, so wie du wirklich bist, neigst du dazu, dich nicht so zu zeigen, wie du wirklich bist, sondern dich besser zu zeigen. Darzustellen, als du glaubst zu sein. Das macht Sinn. Das ist logisch. Aber es ist nicht nachhaltig. Ich möchte kurz erzählen, warum. Wenn du nicht so bist, wie du wirklich bist, sondern eine Maske trägst, dich veränderst, deinem Gegenüber, den du kennenlernst oder der Frau, die du kennenlernst, andere Sachen sagst, als die, die du wirklich denkst oder wirklich fühlst, dann präsentierst du deinem Gegenüber nicht wirklich dich, sondern eine Maske, eine Illusion. Und das hat zwei Folgen. Die eine ist, dein Gegenüber verliebt sich in diese Maske. Dann hast du ein Problem, weil du musst die Maske die komplette Zeit über aufrecht erhalten und das ist anstrengend. Du wirst dich nicht fallen lassen können, du wirst dir nicht zeigen können, wie du wirklich bist. Und auf der anderen Seite wirst du dich auch nicht wirklich geliebt fühlen, denn insgeheim weißt du, dein Gegenüber liebt nicht dich, sondern deine Maske. Und wir alle haben den Wunsch, jemanden kennenzulernen, der uns wirklich sieht für den Menschen, der wir sind. Aber wie soll dich jemand wirklich sehen, wie du wirklich bist und dich wirklich lieben für den Menschen, der du wirklich bist, wenn du dich nicht als der Mensch zeigst, der du wirklich bist. Das kann nicht funktionieren und du wirst jetzt schon, während ich rede, merken, okay, es ist zwar verständlich, dass du vielleicht so handelst, aber vielleicht nicht sonderlich klug. So, der nächste Punkt ist, es fühlt sich natürlich für dich auch nicht gut an. Es wird sich anfühlen, als würdest du wie beim Sport einen Pokal gewinnen für etwas, wo du insgeheim weißt, du hast eigentlich geschummelt. Du bekommst Bestätigung für etwas, was du nicht wirklich verdient hast. Für deine Maske, aber nicht für dich selbst. Es fühlt sich weder für dich gut an, noch fühlt es sich für dein Gegenüber gut an. Du hast eine klassische Loose-Lose-Situation. Du hast am Ende nichts gewonnen. Das heißt, es macht niemals Sinn, wen anderes zu zeigen, als du eigentlich bist. Das macht keinen Sinn. Das heißt, wir müssen irgendwo dahin kommen, dass du dich selbst mehr liebst oder mehr akzeptierst, wie du wirklich bist. Denn solange ich mit dir jetzt an Techniken arbeite, wo du irgendwie hier deinen Wert siehst und über künstliche Techniken versuchst, deinen Wert zu erhöhen, ist dein Selbstwert geknüpft an diese Techniken. Wenn du diese Techniken weglässt, fühlt es sich an, als wirst du nichts mehr wert sein. Wenn du diese Techniken irgendwann ablehnst oder einfach mal keine Techniken mehr hast oder whatever, dann wirst du ins Strugglen kommen. Dann wirst du auf einmal merken, oh, was mache ich jetzt? Und das ist das Problem. Das ist langfristig immer das Problem, wenn man nicht real ist, wenn man nicht authentisch ist. Wie bekommen wir es jetzt aber hin, dass du denkst, dass du nicht gut genug bist, so wie du bist? Oftmals ist dieses Selbstwertgefühl geknüpft an spezielle Glaubenssätze. Du glaubst, dass du nicht gut genug bist, so wie du bist, weil du übergewichtig bist, weil du nicht genug Geld verdienst, weil du in deinen Augen nicht gut aussiehst, wegen irgendwelchen Makeln an dir und so weiter oder wegen Dingen, die du in der Vergangenheit getan hast. Es gibt etliche Gründe. Und genau das ist das, wo du individuell hinschauen musst. Nimm dir nach diesem Video einen Zettel und einen Stift und schreib auf, ich glaube, dass ich nicht genügend Selbstwert habe, weil... Und das, was hinter dem Weil kommt, genau das sind die Dinge, wo du wie mit einer Taschenlampe hinleuchten musst, um die erstmal zu identifizieren, damit du weißt, woran es liegt, dass du glaubst, dass du dir selbst weniger Wert zuschreibst als deinem Gegenüber bzw. dein Gegenüber auf ein Podest hebst. Oftmals gibt es da natürlich Zusammenhänge. Wenn du selbst vielleicht glaubst, dass du nicht besonders gut aussiehst, dann ist Aussehen für dich wahrscheinlich oftmals ein großes Thema, ein großer Stellenwert. Und wenn du jetzt eine Frau siehst, die gut aussieht, dann neigst du vielleicht dazu, diese Frau auf ein Podest zu heben. Aber betrachten wir auch mal das auf einer tieferen Ebene. Wenn das wirklich die Einstellung ist, mit der du durchs Leben gehst, dann würde das im Umkehrschluss heißen, dass du, wenn du auf eine Party gehst, einer gut aussehenden, aber drogenabhängigen Prostituierten mehr Wert zuschreibst als einem kleinen, übergewichtigen Arzt, der vielleicht durch Afrika reist, um Kinder zu heilen. Und ist das wirklich das, was du glaubst? Ist das wirklich das, woran du glauben möchtest? Oftmals nicht. Das heißt, Punkt Nummer eins ist, wir müssen wie mit einer Taschenlampe in deinen unbewussten Keller leuchten, in deinen Selbst leuchten und erst mal identifizieren, woran hakt's? Woher kommt dieses Gefühl? Woher kommen diese Gedanken, dass du nicht gut genug bist, so wie du bist? Das kann auch sein, dass deine Eltern dich vielleicht immer kritisiert haben für das, was du getan hast. Das kann sein, dass du diese Gedanken über dich hast als Folge der Marketing- oder Werbeindustrie, die dir sagen, so musst du aussehen, um Erfolg zu haben bei dem anderen Geschlecht. Das musst du anziehen, so musst du sein, dann bist du erfolgreich. Im Idealfall solltest du dir nicht die Frage stellen, was du tun musst, um gut, interessant oder attraktiv auf dein Gegenüber zu wirken, sondern du solltest diese Form des Selbstbewusstseins haben. Nicht, dass du denkst, wie muss ich mich verändern, damit mein Gegenüber mich mag, sondern du solltest denken, ich bin 100% real, so wie ich bin. Ich trage keine Maske, also wir alle tragen Masken im Alltag. Das noch kurz dazu. Du wirst beruflich anders sein als bei deiner Familie und vielleicht, wenn du mit deinen Freunden abends auf einer Party bist. Das ist Normalität. Aber sich komplett zu verstellen, Sachen von sich bewusst nicht zu zeigen oder sich anders darzustellen, als du eigentlich bist, das ist das, worüber ich hier gerade rede. Und das ist das, worüber wir genauer hingucken müssen. Denn im Idealfall ist es so, du zeigst dich 100% real, genauso wie du bist. Und die, die dich nicht mögen, die dich nicht wollen, die dich nicht attraktiv finden, so wie du wirklich bist, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist nicht die Folge davon, dass du wenig Wert hast und die sehen, dass du wenig Wert hast und deshalb mögen die dich nicht, sondern das ist einfach nicht der richtige Partner für dich. Der richtige Partner für dich und nicht nur, also auf allen Ebenen, das wäre die Win-Win-Situation, ist der, der dich liebt, der dich akzeptiert und der dich so will, 100% so wie du bist, hinter deiner Maske, ohne Fassade, 100% dich sieht und dich dafür liebt, was dahinter ist, für das, was wirklich da ist. Das ist der richtige Partner für dich. Das ist der Partner, bei dem du dich fallen lassen können wirst, bei dem du keine Maske tragen musst, dem du blind vertrauen können wirst. Das ist das, was du eigentlich haben möchtest und dafür ist es wichtig, dass du 100% real bist. Ich habe früher in meiner Datingzeit immer das Beispiel genannt, stell dir vor, du bist auf einer Party und du lernst gerade irgendwie so ein paar Menschen kennen und deine Lieblingsfarbe, um es einfach komplett ein plattes Beispiel zu nennen, du bist vielleicht ein Junge, 25 Jahre alt, ein junger Mann und deine Lieblingsfarbe ist vielleicht Pink und ihr unterhaltet euch über Lieblingsfarben. Und es ist dir unangenehm, dass deine Lieblingsfarbe Pink ist. Deshalb sagst du, meine Lieblingsfarbe ist Blau. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Rest findet die Farbe Blau auch cool und sagen, hey, cool, dass du auch Blau magst. Dann magst du augenscheinlich dazugehören, aber du gehörst zu einer Gruppe dazu, die ganz andere Sachen mag als du. Die andere Möglichkeit ist, du sagst, meine Lieblingsfarbe ist Pink. So, jetzt mag die Gruppe sagen, Pink, was ist das denn für eine Lieblingsfarbe als Mann und gehen vielleicht weg. Dann solltest du nicht denken, okay, mit mir stimmt was nicht, sondern die sind einfach nicht kompatibel zu dir. Fair enough. Alles cool. Denn du willst ja, dass dich wer mag für die Person, die du wirklich bist. Du willst, dass dich wer mag mit allen deinen Vorlieben, Wünschen, Zielen, Gedanken und so weiter. Also schrei raus in die Welt. Meine Lieblingsfarbe ist Pink. Und die, die nicht zu dir passen würden, gehen automatisch weg. Und die zu dir passen würden, die sagen, fett, endlich ein Typ oder endlich jemand, der als Mann auch Pink mag, da hast du ein hundertprozentiges Match. Das ist natürlich ein plattes Beispiel. Es geht dir nicht um die Lieblingsfarbe oder sonst was. Aber auf tieferer Ebene ist es das, worum es geht. Sei wie ein Magnet. Und das bist du, wenn du hundertprozentig real bist. Wenn du, halt dich nicht zurück mit den Sachen, die dir unangenehm sind, sondern sei hundertprozentig real, sei hundertprozentig so. Glaub nicht, dass die Ablehnung aus der Außenwelt was zu tun hat mit deinem Selbstwert, sondern sieh es einfach als natürlichen Filter an. Umso lauter du, guck mal, ich teile hier mit dir meine Gedanken, das, was ich wirklich denke, umgefiltert auf YouTube. Natürlich macht man sich gerade als YouTuber auch im Vorfeld Gedanken darüber, oha, kann ich wirklich so offen über solche Themen sprechen? Über Themen wie Gefühle? Als Mann geht das wirklich? Und was sollen die Leute denken? Was sollen Leute denken, die mich kennen und das sehen? Oder was ist, wenn ich irgendwen kennenlerne und der googelt mich und findet das? Der weiß ja sofort alles. Ja, genau. So, während ich vor einigen Jahren diese Gedanken hatte und dachte, ah, vielleicht sollte ich das nicht machen, denke ich heute, oh ja, und ich sollte noch mehr Menschen damit erreichen. Denn diejenigen, die das cool finden, die connecten sich mit mir. Diejenigen, die das nicht cool finden, die connecten sich nicht mit mir. Aber das sind ja auch keine Leute, wo ich interessiert bin, mit denen Kontakt aufzunehmen, denn wahrscheinlich würde es gar nicht matchen, wenn denen das auf den Sack geht, was ich zu sagen habe. Also, was habe ich zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Am Ende des Tages gar nichts. Aber wie du das wahrnimmst, wie du die Ablehnung aus der äußeren Welt wahrnimmst, hängt davon ab, wie viel Wert du dir selbst zuschreibst. Also, setz dich hin, identifiziere, leuchte in dein Unterbewusstsein mit einer Taschenlampe, identifiziere, woher es kommt, dass du glaubst, nicht gut genug zu sein. Erkenne, dass es eigentlich Bullshit ist, das zu glauben. Dass es null zielführend ist, dass es überhaupt keinen Sinn hat, das zu glauben. Arbeite daran und dann verliere die Angst davor, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist, weil du jetzt erkannt hast, dass es langfristig nie dazu führt, dass du eine glückliche, harmonische Beziehung haben wirst. Sei die transparenteste und offenste Person, die du sein kannst, wenn du neue Menschen kennenlernst und betrachte das nicht als negativ, betrachte das nicht als schlecht, sondern betrachte es als natürlichen Filter. Du bist 100% du selbst, weil du die Abkürzung möchtest. Du bist 100% du selbst, weil du damit einfach alle potenzielle Partner möglichst schnell ausselektieren kannst, die dich wirklich lieben für das, was du dann von dir zeigst. Das sind die 100% Matches und die, die dich nicht wollen, so wie du wirklich bist, das sind auch nicht die, die du willst in letzter Instanz. Das war es für dieses Video. Wenn dir das gefallen hat, schreib gern in die Kommentare, was du noch mehr darüber erfahren möchtest. Schreib gern noch offene Fragen in die Kommentare. Lass einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Adios.